Donnergenio hier. Heute machen wir die Pioschke. Fertig, Teig, Bäm. Teile und Herrscher aus 6 macht 12. Jetzt machen wir die Fischer platt. Zack, fertig. Jetzt Löcher rein. Katsching, ab in die Pfanne. Jetzt können wir einige mit Puderzucker machen. ZOKKAR! Für die anderen nehmen wir Knoblauch, Teile, vermischt mit Mayonnaise und das auf unsere Lippeaschke drauf. Eine Scheibe Lachs. Buon appetito!